Hier haben wir Aluhol, hier haben wir Nahrung... Man kann natürlich auch Fifty-Fifty machen, ne? Oh, gut, in jedem Falle ich übrigens ein schöneres Mal, wenn wir vorher auch gar nicht zugebaut haben. Hm, man kann ja alles noch verändern. So, Siegler, Pioniere... Ja, die wollen nicht ausbauen, weil... keine Ahnung was, okay. Werkzeug haben wir. Habe ich ja die ganze Zeit, wo das Werkzeug herkommt. Wir kaufen einen. Achja, genau. Wir haben verdammt wenig Geld. Aber dem Geld ist immer ein Problem, je bei Schuss Nummer 3. Aus den Tellern des Werkshof Baldrian! Eine Spitzerei aus Italien! Baldrian! Mensch, das ist ja ein Zeug, Mensch! Spaldrian! Ich pass ja eigentlich nach Haus in Nö. Pass ja eigentlich nach Haus in Nö. Haus! Haus! Ich weiß mal an, ob die hier irgendwie befriedigt werden, ja. Ähm, die auch. Das ist schön, dass die brauchen keine Wege. Die Aschen brauchen eigentlich ja keine Wege. Fällt mir so, kann man sein, weil die Laschen zwischen den Häusern durchgehen, ne? Okay, wenn's brennt, äh, ich glaub, man kann die Häusern nicht mehr abreißen, wenn's drin, aber... Naja. Wie spielt haben wir das eigentlich? Ach, mein Schwer, machen wir in 10 Minuten Aufnahmepause. Ja, auf jeden Fall. Welchen haben wir eigentlich? Heute ist der 28., 31 Tage haben wir, ne? Am ersten, also jetzt... Ich sag jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, heute ist ja der 1. Oktober. Ne. Jetzt, wo wir aufnehmen, ist der 28. September noch. Die Veröffentlichung ist für Oktober geplantes Let's Plays. Und jetzt bewege dich doch mal hier! AHHHHH! Hilfe! Ein Erdbeam! AHHHHH! Wirklich gibt's nicht. AHHHHH! Ja. Manchmal muss ich's einfach rauslassen. Es ist auch besser, Sachen rauszulassen, als sie drin zu behalten. Fretet näher! Und riskiert einen Flick in meinen Spiegel! Fretet näher! Grabbelt euch was zu einem Grabbeltisch! Rappeltisch. Wir bauen einfach mal noch so ein Ding hier hin. Ja, der bringt natürlich auch gut Kohle ein, eigentlich, aber dafür brauchen wir erstmal Tabak oder Gewürze. Wir haben beide... Ich brauche unser Zeug. Ich brauche Zeug. So. So, Zielger, haben wir jetzt... Ach, eine Werftbeutel brauchen, ne? Werfen, werfen. Ja, auf jeden Fall eine Werft, damit wir uns irgendwie verteidigen können. Piraten-Chill immer noch da. Ich werde die Werft mal woanders inbauen. Wo wir die ein bisschen verarschen. Äh, ja hier drüben. Schön am Strand. Ähm, ich würde nicht was anderes gucken. So, der braucht doch keine Weganbindung mehr. Ähm, kann nicht gebaut werden, weil... irgendwas fehlt. So, den holt... Seile Hanf... Hanfplatz oder nicht. Äh, wo können wir jetzt hier Hanf anpflanzen? Ja, Hanf anpflanzen? Hier wollten wir, was Wohngebiet weiterbauen. Dann machen wir, ja genau hier oben. Ok, ist nicht so optimal hier. Egal, können wir später noch weiter optimieren. Fehlt er da nur an Gebiet? Es fehlt an Gebiet! Bisschen abgehackt, zwar... Oh... Was fällt da auch hinterm Haus? Ähm... Wo die Hände... Wir werden das schon... Ich erinnere mich grad wieder an so ein gewisses Lied, was wir immer gesungen haben, wo ich mich noch erinnern kann. Oh... Ist der Werk im Weg richtig geworden? Ich glaube ja schon nicht. Ich glaube nicht. Schön... Ähm... Ja... Ich meine ja... Ich weiß hier nicht... Keine Wiesen brauchen... Ich zieh doch nicht da durch... Ach die Idee? Ja... Aber dann würde ich kommen, warte mal... So... Hier ein Hände... Dann könnte man eigentlich... Wir müssen noch mehr Gebiet freischalten. Aber es fehlt echt an Holz. Hier könnte man eigentlich einen Holzfäller hinknallen. Oh Mann, ne... Da... Hier einfach so mitten rein! Es war nicht optimal! Aber egal... Es bringt Holz... D hidden... So... Mein Lieblingszeug, Bäume. Ein Baum, was ist das? Kann man das rauchen? Möglicherweise. Bei 701 gab es eine schöne Möglichkeit, da konnte man einfach einen Knopf drücken und schon hat der das gesamte Feld bepflanzt. Okay. Ja, das ist es. So, Salz haben wir echt on mass. Was? Hier hinten muss unbedingt ein Marktplatz sein. Haben wir Holz dafür? Nein. Könnte man eigentlich Marktplätze direkt aufrüsten, die man... Nein. Oh, deswegen bauen wir nicht weiter. Nein, ihr baut auch nicht weiter, ich brauche mal Holz. Wollen wir den dann ein bisschen gleich so hier hin? Ja, wir untergraben eigentlich mit anderen Worten die Indianer, oder? Weil die bauen ja auf diesem Berg und wir bauen die Minen außen rum. Ja, wir untergraben sie und irgendwann flappt das Ganze dann nach unten weg und... Sie haben Trauer und wir haben Spaß, wie immer, ne? Wir haben verdammt wenig Geld, da muss demnächst auf jeden Fall optimiert werden. Ähm, könntest du was... eine Sache mit dem Scout machen? Geh mal da rüber. Äh, probier das mal, dass unsere Höhle ausgibt. Wie unser Herr befiehlt. Da kann ich nicht, was ist. Ja, über die Höhle drüber gebraucht, hält ihn aber auf. Nö. Womit kann ich die? Doch, lassen wir ihn einfach hier oben schön auf der Brücke stehen. Ich bin ja rumgucken, vielleicht finden wir ja noch was. Setzen uns in Bewegung, mein König. Höchstens hier. Jawohl, mein König. Da war er aber drin. Wie wärst du da oben? Nee, da ist nix mehr. Meine Üblichkeit. Aus dem Weg, mein König. Oder was kann ich... Ich hab grad verstanden. Aus dem Weg, mein König. Aus dem Weg, mein König. Ich bin dein Vater. What? Nein. Okay. Siehst du, ich sagte dir, die machen gleich alle mit. Ne? So, jetzt könnt ihr alle mal ausbauen hier. Dann bekommen die nimm ja auch mehr Kohle rein. Nahrung passt ja eigentlich, ne? Hundertrein, Salz passt auch. Stoffe ist bisschen knack. Stoffe sind mangelbar! Wir müssen demnächst auch noch mal Stoffe ein bisschen optimieren. Okay, wir wollten einen Schiff bauen, ne? Wie gehen? Können wir das jetzt? Nein, es fehlen noch Seile. Und Holz fehlt auch. Ja, lass uns tanzen! Ja! Da war ja die Musik auch so. Jetzt ist es mal geplant. Sind die Felder hier eigentlich verrottet auf der Ecke oder sehen die so aus, wenn die abgeerntet sind? Nee, ich glaub, die sind einfach verrottet. Oh, wir können hier ein bisschen weiter bauen, sehe ich gerade. Wahrscheinlich durch den neuen Marktplatz. Nicht wirklich viel, aber wenigstens ein paar Ecken. Ach nee, ist ja volles Gebiet, wa? Nee, nun, obwohl? Nee, ein bisschen fehlt noch. Aber die Ecke kannst du nur noch mitlegen. Hm? Wo hat der Baum stehen? Da? Ach, da. Nee, da. Ach komm. Doch, kann man eigentlich? Eigentlich voll das Gebiet, aber ja. Und so, und... Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen, und hier noch ein bisschen, und da noch ein bisschen, so. Oh, so ein richtig schönes Hanffeld, ja, ne? Ja. Genau, so ein unrealistische Felder, wie es bei GOW beispielsweise gibt, die eher riesig sind. So, haben wir Seile? Ja, wir haben Seile. Ähm, acht Seile bräuchten wir, vier haben wir gerade, beziehungsweise Tonnen. Okay, Holz ist auch knapp. Zwei Tonnen Holz, wir brauchen 15 Tonnen für ein kleines Handelsschiff, beziehungsweise 15 Tonnen für ein kleines Friedschiff. Da nimmt sich natürlich einiges, wir müssen echt gar nix. Nee, wir kosten beide genau gleich viel. Kanonen. Haben wir doch keine. Frechheit. Haben wir eigentlich Eisenerz? Äh... Ja. Äh... 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 Ja, dann wird das noch lustig, ne? Eventuell versteckt sich hier hinten... Ja, aber ich weiß es nicht. Wir können es auskriegen, indem wir da einen Markblass hinpflanzen. Na? Holz. Sieben Holz. Naja, das werden wir eigentlich nicht kriegen, weil die jetzt hier gerade ausbauen. Die sollen aber auch mal ein bisschen ausbauen, weil... Geld. Und so. Okay, dann würde ich sagen, wir verfallen jetzt erstmal in den Rausch einer Aufnahmepause. Genau. Und ich versuch mal abzuspeichern. Wenn denn das einfach mal... Äh... 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 Ja, fällt erstmal ne Runde, ne? Ja, versuch mal hinter ein Mikro zu schreiben. Achso, egal. Ja, sicher. Und wir... Wir wünschen damit noch einen angenehmen, guten Anno-Tag, ne? Genau. Spielstand gesichert. Ja. 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 Ja.